kevin starte rein da kevin ja start game für lcs sind die spiele aber ziemlich schlecht origin ist mit ironix in der gruppe bei dings ja dann können wir jetzt wieder kaiser offen lassen ja dann wollen wir erst mal hier 6 also ich erst mal gucken ob sie wieder die rede erwarten einfach letzt keine antwort drauf der arme spielt keine vier oder kein nichts ich will pass auf jetzt kommt die redia bahn irgendwas und dann lassen die niederlande rakan offen und dann schlagen wir zu weil ich muss sagen tim auf seju können wir gerne häufiger aber das ist auch eigentlich ich finde also ich persönlich bin sogar tanks passen übel gut sein place halt die gruppe von og oder oder spg meine ich also so ein neuer er hat geschrieben ha 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 gute gruppe dankeschön okay vielleicht war es nicht toll ich finde sie hat auch geschleven dass er gegen gegen georgia ist niederly offen ja einen von beiden kriegst du ne sollen wir dann seju bahn da hast du mal seju bahn ne ich will kaiser bahn niederly oder rakan ja aber so kriegen wir doch entweder die spielte die spielte niederly nein 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 warum sollte ich mal die bahn jetzt die bahn jetzt kaiser oder niederly das beste was man kann mir beides offen lassen wir nehmen nieder die kaiser so war oder die wir nehmen kaiser nieder und wir können dann trotzdem dann spielst du halt first time kaiser oder war ja ja ok aber wenn die niederly offen lassen will ich halt auch niederlässt kaiser rakan ist auch ein zähn aber kaiser ist ok ich kann auch dann wir können dann kaiser flexen und ich gehe für kaiser ja perfekt für das omega-mind-game rakan ist offen leute kaiser 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 die hinkrecken xaja nein können wir immer noch machen die gegen rakan xaja ja dann können wir ja trotzdem noch hard counterpicken doch könnte auch alistar gehen aber habt ihr nicht gesagt alistar übel gut gegen xaja erkannt aber so da ist auch sein alistar ist auch sein arch enemy nö ich kann mit alistar spielen kuchas arch enemy ist alistar ne muss man Moganak da brauchen wir gut aber wir hätten rakan picken sollen wenn die für kaiser gehen dann wären wir für rakan xaja kaiser ist der digit-baster alter kaiser weißt du was du für einen support picknest wieder tham oder alistar alistar pick mal alistar pick mal alistar und ja ad carry oder wir flexen bei kaiser ja ja also wenn ihr jetzt irgendwas wir könnten halt noch irgendwas anderes picken und wieder die kaiser für den flex nehmen nee da müsste einer von uns blanken hm 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 ja darf ich für den draven einmal gehen alter das ist cocky mach es mach es mach es und hier schreibe ich den to defeat draven ja ich hab mal bock ok ich kann mit dem w auch glaube ich ich kann auch glaube ich mit dem w ganz gut aus rakan xeros glaubst du oder weißt du weiß ich doch nicht und jetzt läst du hier aber das game mensch jetzt schon nicht also wenn ich jetzt hinterher hätte ich mit jedem anderen immobilien ad carry auch gehen den sagen wir so wir picken jetzt auch noch unsere sejoa honey weg von unserem one trick pony was macht das jetzt ти jan ja ganz offen was alles na kann du siehst ja ja wenn wir können eigentlich ab level 2 bot auf die xy ärger in gelten und wenn ich den rakan knock-up deutsche kriegen die komplett aus der im ersten oder wird mindestens vielleicht nicht komponente mit dem deutschen kann das will ich hören alle brüse raus ist aber aus doch immer kassel noch weg was hast noch in den trend oder das ist nicht so ein champion fast siehst du dich ja so wir haben jetzt schon zwei hyper die ziemlichheit damit ich bin jetzt ja mir egal oder pick abrucks Ja, ich spiele Abdricks. Really? Ja. Jetzt gehen wir voll Jolo. Nee, Abdricks ist nicht mehr gut. Ja? Ja. Okay. Also for you. Ich spiele Abdricks. Ja, wenn wir Jolo geben, gehe ich glaube ich für Sui, oder? Boah, doch, das sehe ich nicht. Alter, wenn gar kein Wave clear, kein nichts, Alter, das ist eine komplette Shit-Comp. Ja, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, womit ich datiere. Ist es Gagio Terrible? Ist es Gagio Terrible? Ist es Gagio Terrible? Ja, Gagio auch gut. Ist es ziemlich bad gegen Anivia, aber ich kann es spielen. Oder wie für Uri? Ist es Rice? Weiß ich nicht. Nee, für Uri oder Gagio würde ich sagen. Für Uri oder Gagio würde ich auch sagen eigentlich. Boah. Zu spät. Swap mal, ich muss pissen. Nö, darfst du nicht. Okay, ich piss mir die Hoh... Oh, ist das warm. Ist geil, ne? Okay. Port Arthrox und Toplane Draven, hä? Hä? Was? Hatte gar keinen Sinn. Hat einer geschrieben, das hat ja... Was denn? Ich spiele jetzt Timo? Wann macht Twitch Shit Sinn? Der weiß halt nicht, was er picken soll. Wann will. Wann will. Hm. Finde ist er doch okay. Gib mir mal den... Gib mir mal den Champ Tim, ich muss pissen. Jo, jo, alles kein Ding, ehrlich. Ich kann mit Johnny nicht sporten, weil er keine KI hat. Unlucky. Er ist mein Smurf, ne? Er ist mein Smurf, ne? Johnny nicht Unlucky. Ah, Johnny. Hihihi. Hohoho. Hahaha. Oh, Gott ist ja... Was ist denn da schon wieder los, Johnny? Siehst du dich nicht so, oder was? Er sagt, du push, push, push. Ist doch push oder roam. Er machst du doch nicht. Der Ding ist halt... Die push halt mehr, ne? Das ist halt gepusht werden und roam. Weißt ja, wie das ist, ne? Das ist aber Hadivia. Du kommst viel schneller hinterher. Du pushst ja fast genauso schnell wie sie. Ja, da gibt es kleinere Bedenken meinerseits. Aber die ist easy gankbar, können die abusen. Ja, da ist alles hier klar. Der Kaiser kann Pop ganken, kann Mitte ganken, kann Bottom ganken. Freedom! Tim kann machen, was er will. Geil! Wer du cheesen willst, kann ich auch hier für W oder E Level 1 gehen, ne? W oder E Level 1? Ne. Das ist scheiße, Johnny, das ist scheiße. Natürlich ist das scheiße, aber hey. Nein, nein, nein. Ne, das ist Müll, komm mal jetzt auf. Oh, die hat aber kein Cleanse. Kann ich Top-Style in dem Game starten? Weil ich glaub, Botlane will jetzt nicht so krass eingefuscht werden. Ja, start doch mal Raptor mit Kaiser. You will not regret it. Maybe Level 1 first starten. Mach gar keinen Sinn. Ist richtig gute Idee, Johnny! Ne, mal ernsthaft, das macht gar keinen Sinn. Das ist dumm. Ne, ich muss die Johnny mal in Schutz nehmen, also... Ne, doch ist es dumm. Okay, ich hasse euch. Nüchter Top-Lane jetzt. Aus dem 2-Zimmer. Wir machen jetzt alles. Genau in diesem Match-Up-Start. Das ist top, Junge, Junge, Junge. Der Pult auch top. Na gut. Irgendwie vor, der Pult jetzt 100 pro Blut. Schießt mich so in den Busch mit Ton. Ich bin Level 1, Alter. Komm, jetzt. Ja, da seh ich uns. Ja, da seh ich uns. So, Leute. Ausnahmsweise mal ein Spannende. Wo läufst du denn lang? Kutscha, Kutscha? Ja? Wie krass ist denn für dich als Rakan-Spieler der Unterschied zwischen Level 2 und Level 3? Fühlst du dich da viel kranker? Hier, 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 hier. Mich nicht, aber die Xayah kriegt mir übelst ein paar Auswärts. Ich überleg' gerade ob ihr erst... Ja, ja, hast du wieder recht. Dann sollten wir gucken, ob wir Level 2 mal engage'n können. Kutschi? Let's go. Och. Hä? Nice Champion. Die Dive war. Die Dive war. Warte, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wollt ihr nicht dive'n? Nein. Warum nicht? Ja, was willst'n da dive? Wer will denn das tanken? Jungs, Sola macht insane damage. Ich tank' da drei Hits, dann geh' ich raus und tank' noch wer andere und dann haben wir den. Deswegen bist du nicht mehr in der SES, Kevin. Keine Eier mehr. Alter, ich kann mich noch erinnern. In der SES hätten sie die Dive durchgezogen. Ich kann mich noch erinnern, was wir hier haben. Mit, hier, Millenium. Ja, ja. Mit Jemery Flash hier rüber und dann... Trundle erst mal Pentakill Level 1. Sehr witzig. Ich hab' nicht gewundert, dass er nicht genockt hat. Könnt ihr das noch hier kurz checken, ob die da starten? Dann ist unser Push einfach rüber. Ein bisschen ewigen Zera kann auch passen. Hast du kein Q-Start? Was? Nein, eh. Wir haben 6-Speed. Ah! Er hat Baller zu bekommen. Ey, Q ist kacke Level 1. Seht irgendwie raus schon. Danach können wir richtig hermgehen. Traum. Top-Side Start Seju, ne? Okay. Ne, die werden auch nicht mehr zuerst ziehen. Na, ein bisschen. Mit zwei. Ein Minimum noch. So. Ah, Wave Manipulation. Hm. Willst du gleich mal unten ganken, Tim? Jo, ich wollt' gerade... Oh, die hat hier gewartet. Jo. Ich denke, wir können ruhig... Wir können eigentlich die... Ja, ich move Water. Auf die Xayah gehen. Und die Xayah rauf, ja. Die dürften auch keinen Water haben. Die haben auch hart gepusht. Ich bin da. So. Und den auf den Rakan flasht? Alistar mein Kryptonite. Ich meinte Solas. Ja, aber dann ging es nicht. Ja, ja, meine ich ja. Und, der... Ich muss nicht mal flashen. Wir könnten ihn noch mal töten. Sie hat die Xayah geflasht, ne, ne? Ne, aber Rakan, oder? Deju hier. Ne, der hat auch nicht geflasht. Doch, der hat auch nicht geflasht. Doch, der hat natürlich noch weg geflasht. Ja? Der ist irgendwie ein CC-Change schon. Bei dem es Atrox gibt, das schmeckt. Das schmeckt. Das ist, wenn man manchmal den... Einfach den E's, wenn die zu close sind von dem Casting, einfach nicht getroffen wird. Obwohl er durchgeht. Nice. Verrückt. Sollten wir mal ein Ticket schreiben. Wenn ich jetzt mich hatte, dann würde ich füchern wollen. Deju ist halt hier, ne? Ja, stimmt. Ich habe noch keinen guten Back, weil ich brauche schon noch 200 Gold. So ein mittleres Free, ne? Okay. Kann man ein bisschen pushen lassen. Habe man eine Ahnung, wo der Decidius ist? Die wird wahrscheinlich reset in Toplane gehen, ne? Bei uns bunt ist nichts mehr ab. Wollt ihr gar nicht sehen? Willst du nicht? Äh, ja doch. Okay. Ich weiß nicht mehr was. Kann sein, dass die Decidius nicht mehr ist. Ich habe mich dir jetzt so viel Zeit gewasted, jetzt wo ich mich fahren konnte. Nice. Fine. Vor allem wäre ich diesmal in Rage gekommen. Wir können auch... Wir können auch... Jaja. Wir sind nicht Besitius, ne? Wir sind ja nicht Besitius, ne? Ich habe es auch, Freakin. Wenn du vorbeikommen willst. Weil noch nicht B ist bis jetzt, ne? Kein Watt. Ich habe auch eine Axt gecancelt. Aber trotzdem. Boah, schon glaube ich auch Ignite ready. Vorsichtig, Vorsichtig. Nice. Flash. Ich glaube ich bin trotzdem tot. Ne, ne, ne. Ich bin 250 BF. Gehst du die noch? Nice. Boah, schade ey. War sogar fast noch gut. Ja, da wollte ich Angst. Ich war noch nicht Base. Nix. Oder Base. Weil ich halt outdamaged. Boah, Juicy. Lass sie dir nicht mehr fahrtspushen so. Na sie, Tim! Das Ding ist halt, wenn wir jetzt Backforcen, dann hat die halt ein richtig... Die hat jetzt halt so 200 Gold weniger als 300 Gold weniger als nicht. Das heißt, ich muss mit einem richtig schlechten Back wiederkommen. Ich habe einfach schon Cutlass. Top Jungle, keine Flashes. Das ist... Ich glaube jetzt Backing wäre richtig Wurf. Hm. Gibt halt die Handiwähre hier vor? Ja, aber die werden sie nicht weg lassen. Wie viel brauchst du noch? Du bist nicht im Boot. 200. Ich habe auch nochmal ein Share und das kommt mit Can-Man-Your-Welf. Also eine Welf würde reichen. Ja, ja. Lass kurz warten. Vielleicht schließen die erst Plätze zum pushen und dann können wir... Wie geht's ach da? Kann jetzt auch wieder Bot und Passen? Ja. Ich bin halt oben, fast. Aber sollte passen. Gut, er hat Flash auch ready. Da kann man ja Flash Engage auf X Sorgen machen. Solange er, noch nicht erwerber 6 ist. Kann ich eigentlich gar nicht überleben. Wann bist du 16? Ich move bot Hier kein Flash Ja ich bin da Können wir die hier? Bei den Würfen vielleicht? Oder wäre ich hier einfach rüberspringen Game's over Ich hätt gut wissen auf mich gehabt oder? Botlink könnt ihr aus der Base kommen, passt auf Ach keine Ahnung Was hältst du davon, ich komm jetzt hoch und wir töten den? Weiß nicht Ich find's ganz lustig, muss ich sagen Ich hab noch passive Waffe Weil wir jeden Carry Champ an Und jetzt mit Arthrox Noble zu ihrem hertesten Aber Arthrox ist ja doch der Champ, wo keiner eine Ahnung hat, was der kann Das ist halt mega dumm Ja ich komm auch Jetzt bin ich in Range Wartet doch kurz dann noch oder? Ich komm da hinten rum Ich komm da rein Ich brauch eh noch paar passive Stacks Der ist doch noch oder? Ja der ist noch hier Wollen wir noch auf die Wave outen oder gehen wir auf Hamm? Wissen wir mal an Nivea ist Hier komm komm Der will der weg Der will weg Rakan Miss Bist da ran? Tijani Rakan ist Miss Haben wir Okay Rakan ist hier Kannst du mitleid in die Waveflame an Mati? Jo Rakan ist Botsnail Können wir die Anivia holen Tim? Ja Kann man machen Bitte 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 Das ist so neun Ich bin immer noch in Old Range an Kevin Ja dann müssen wir kurz noch JL Stackern haben Ne Pascal Wie war die wenn ich Kannst du mich ulti tippen Johnny? Ich kann drauf holen wenn du wieder Die ficken wir einfach komplett durch Kannst du den Arm? Kannst du den Arm? Ich hätte den ja Hätte ich gelassen Hättest du hättest du noch ein drittes Mal gefragt? Weil zweimal ist das so wie sind sie sicher Jo dann achtsjum Komm doch mal hoch Kevin Ne ich bin ehrlich ich hab meine 4 Äh die sind jetzt gleich Level 6 Die werden mich dann driven Ich glaub nicht dass das geht Naja stimmt Dann bleib einfach beim C2 Ich will den oben kehlen man Ich hab grad mein Backport war kackt Kannst die rächen Ist das Boring gegen Aniria Ich bin 50 flashed Tim halt mein Auge auf so laut bitte Ja ich kann halt auch einmal wirklich Nö ich mach kein Auge Aber Wo sind der Kevin? Hat die Aniria geflasht? Wir können den Dive nicht push machen Hat die Aniria geflasht? Ich glaub hier stehen Hat die Aniria geflasht? Ja die hat glaub ich geflasht Hör mal beim Tint mal fragen Ich weiß nicht Das ist wie mit K.R.S. Versuch's einfach mal Einfach jedes Mal dreimal Sachen sagen Einfach jedes Mal dreimal Sachen äh Ich mein bei dem einen Dann kriegst du den Blubber Auf dem anderen was du verband Ne? Wir sind jetzt wieder da Wenn die Lanes Friesen Spannendes Interaktives Gameplay Riesen Wer kommt hier? Können wir? Ja wir gehen da rein Takes du? Ja Seju's Bot Seju's an Drake Ist das dumm Ich komm jetzt wieder Solar Ja die Die Friesen halt die Lane Kann sein dass die entweder Drake machen Oder mich gleich da wollen Das Problem ist Ich move quasi aber der stirbt ja deutlich Seju könnte hier sein ne Pass auf Seju könnte hier sein Die Lösen den Fries jetzt auch Das heißt die wollen wahrscheinlich Pushen und Drake machen oder so Lägen wir die direkt nochmal? Jo Ja ich komm auch Ich hieß ja nie mehr willst du? Warte 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 Was ist denn jetzt hier ist unsere Plan geworden? Ja, das war halt nicht so. Sorry, Joggy. Vakan ist Mist. Das war überraschend. Alter. Leute, genug End jetzt. Vakan ist immer noch Mist. Hat die Eck? Hat die Eck? Nee, nee. Hat die nicht. Schau, komm, Botlane. Die hab ich. Oh mein Gott. Das war sad. Komm, Botlane. Hier sind 400 Minions, ne? Aber wir sind... Krass. Vakan ist im River, Vakan ist im River. Ich will set dich, ich will set dich, ich will set dich. Oh mein Gott, was ist das? Also die Aniven ist jetzt ein bisschen dick. So, Joggy, Soda, ich bin wieder bei dir, mein Freund. Geil. Der ist ein E-Overrated. Weißt du, dass ich mich zusammenreißen musste, um hier nicht zu CS und zu sterben? Das ist einfach... Das tut einfach weh, wenn man so viel CS macht. Ich teile, ich teile es mich. Schön. Komm zu dir jetzt. Nee, doch nicht. So, ich muss wieder weg, Soda. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich hab auch die B-Ult, komm, ich komm mit Ult. Das hat sofort. Ey, gut. Ich dachte, mit Draven kann ich wenigstens mal irgendwie ein Argument finden, warum man Bot-Games ist. Ey, hier ist ein... Hier ist ein... Hier ist ein... Die B-Ult. Willkommen zu dir. Hast du die C-10? Ja, das stimmt. Ah, das wäre keine Wülf. Das wäre überraschend. Na, die waren noch nicht. Die waren noch nicht. Die waren noch nicht. Was haben die gejust? Nicht nix. Egal, den Drakes deal ich halt kurz mit W. Kein Problem für die Steppen. Und die wollen mitgegen, glaube ich. Joach. Das war jetzt eher Kacke. Die waren für mich, glaube ich, hier gehen nochmal. Ich hab da keinen Wartes. Ich kann Beten. Ich bete immer. Ich hab auch TP ab, alter. Joach. Können wir? Joach. Ich hab geflasht? Ich hab' geflasht. Joach. Joach. Was ist denn diebreathe? Hätt' Sie in den hier harvq kommen können? Ja schon, aber ich hab' die Rechner. Ich hab' die Rechner wieder in die Flasht. Ich hab' die TP hinter. Ich Lanter. Ich spreche ab. ja da wurde ich mit dem ausgebild an die hat durchgezogen die manche nehmen ja können die auch nie wäre super fett ne die gehen drake wenn wir den nächsten krieg ich jetzt kommt und vielleicht schon dafür gehen ja ja passt auf passt auf ich werde die wave holten ich werde die wave holten okay dann komm ich bitte das nicht im flaschen ich hätte nicht mit kürzschatten ja das meine ich was ich bin ich sage ich habe halt echt jetzt ich habe 280 Wenn ich ein Kick kriege ich Stichdrein oder so zu sagen. Akane Smith gerade. Ich bin top in oid range Kevin. Ja das war ich. Als ich gesagt habe Akane, habe ich nicht aufgepasst. Ich habe jetzt nur noch nicht mehr viel Mana, ich werde die nur noch für Exusen. Ah die werden resetten wahrscheinlich. Die wir kennen. Ja. Boah mit Lenny Smith. Kann sein, dass sie hier trappen, weil das trotzdem hat. Kannst du hier face checken? Das ist ziemlich fett. Report das Base, wir pushen einmal aus und dann resetten wir auch. Wir sollten auf jeden Fall jetzt für ein Botplay gehen. Also jetzt wenn wir da 1 zu 3 trainen, ist das wert für uns. Rolltechnisch. Auf Flash. Die werden jetzt auch immer Raptoren und so, die wird ziemlich fett. Könnte den Harald kurz solo'n. Nein, die Port auch gebrochen. Dann Delayed halt nur die Botline Action. Ich muss denen, ich habe eh in Delayed backpottet. Ich muss mal wieder top Kevin. Ach man, ich habe Reedy gepottet. Ok, ich muss gar nicht holten oder? Ne, wenn ich backgehe, werde ich mich töten. Ich bin in Old Range Kevin, wenn das schief geht. Ich bin in Top-Side. Nein, kommst du, kommst du, kommst du. Bot-NTP vielleicht Kevin? Ich bin zu low. Ne, ist fine, wir haben es in Chef. Wir haben es in Chef. Hier war Top-Side. Da kann kein Ultimate, kein... Ne, nur kein Ultimate. Nie, wer Top-Side. Flash, äh, Troll. Ich kann Botline-Kopf für ein Play. Ich habe keinen Mana, dann Flash-Up. Ich brauche halt unbedingt nur reset. Ich move, ich move, ich move. Ich bin ready. Let's go. Oh, sie flasht. Dann? Kann ich den Kill? Nein. Ich nehme den Kennen, ich nehme den Kennen. So. Gut, 6 zu weiter. 300? Wie viel ist das gerade? 700 Gold? 700. Wie heilt? 700. Ja. Hast du einfach bei 2? Ja, plus 50. Ah. Kann man diven, ne? Ich muss back. Oh, man. So, da sind gerade alle Bot. Ja, weil wirklich so viel Cash. Die hat hier nicht eine Vision. Kann sein, dass ich meinen Pot adopten will. Hast du die Sonne einmal? Ich komme wieder Top-Gammon. Oh, ich habe keine Ruhe. Oh, lol. Das hat funktioniert. Oh, ich kann da durch. Ich bin so backgefordert und dachte mir, oh, shit. Ich komme vielleicht für einen Dive. Ähm, Bot Lane? Top Lane ist so eine dumme Lane, Alter. So, Kevin kann einfach machen, was er möchte und kein Counter-Play mehr. Er kann halt einfach... Du stehst halt einfach nur da und rechts gehst mit keiner. Was sind das? 300 Range, Alter? Und er denkt so, ne, warum hier ist noch rechts oder links? Was egal. Ich muss zweimal hoch und beide Male an den Kid Kevin den hat einfach so. Ich muss halt nix machen. Ich stehe da einfach nur so. Ja, machst du ja toll, Kevin. Klasse. Daumen hoch. So, Leute. Jetzt ist aber Zeit für meine Pässe. Nö. Jetzt mal wieder Spandor Inferno und Sola. Ach, ich mache auch nix gerade. Die Late-Game-Absicherung hier. Ach, du schießt 3-4. Jo, ich stirb die ganze Zeit, ey. Rot könnte jetzt überall sein, passt auf. Ich hab kein Flash. Alter, einfach 6-0-0 Arthrox. Das ist halt disgusting. Aber Teamfight platz ich halt trotzdem. Das ist halt das Problem. An dem Chap an sich so. Weißt du noch? Letztens als ich meinte, spiel mal Arthrox dagegen und du meinst Arthrox ist scheiße? Ja. Ja. Den hab ich aber auch Arthrox paar Mal gespielt und mich gut gut rasiert und so. Okay. Ich hab 100% bin ich auf 5 games. Dein James. Ja. Ich hab's nicht verloren. Ja. Hat hier ulti'd. Ich tp. Ich tp. Ist okay. Gevin, willst du irgendwie noch was machen? Brauchst du Hilfe von uns? Gevin, komm mal Botlane. Ich brauchste. Ah. Flash. Wollen wir das hier riskieren? Ja. Wenig. Warte mal bis die C2 Base ist. Scheiße ich hab mich nicht zeigen dürfen. Toplin ist so ne dummes Snowball Lane. Wollen wir mit Turret gehen? Ja. Dann ist halt das schlimmer und der kommt dann nicht mehr wieder. Ja. Die C2 hat immer noch holt glaube ich. Die kommt dann nicht raus. Das ist kein Problem. Das ist schon komm ich hab halt nichts. Äh. Okay. Das ist die C2. Ah. Okay. Ich krieg mein Flash das. Auf mein Junge. Alles souverän gelöst. Vielleicht muss jetzt ein bisschen egoistisch. Da kommt noch eine C2 von unten. Pass auf. Gewinn, jetzt komm mal Botlane. Ich brauchst nichts. Wenn ich da Botlane komme, dann sterbe ich. Ich hab so ein squishy. Ich muss sagen es. Also ich hab das Gefühl, dass Draven echt ziemlich gut er kann. Und dazu Xai Rakanas, Alter. Das ist schon das zweite Mal, dass ich den Engage mit dem E gecancelt habe. Mit dem W komm ich echt ganz gut raus. Ist aber auch gut. Das läuft. Xai, du kleines Schnittel. Nicht weggegangen. Treppen. Mich. Nee, nicht wirklich. Never. Nicht, wenn du einen Champion spielst, wo es dir wichtig ist, dich zu sterben. Ja, ist das wirklich so? Ja. Stell dir vor, du würdest die jene Endes spielen, Alter. Wie krass das wäre. Ja. Sollte mir jeder Kill aber auch extra Gold geben. Jeder ADK sollte prinzipiell die Draven passive haben. So wird er noch nicht hart genug die Kaffling. Ich hab wieder ne Ult. Ich bin 25 Flash, dann kann ich auf den Flash Kill gehen. Vorsichtig. Ich hab noch keine Pressure. Voll geil, Alter. Sag mal, lass dann die Bier raus. Das ist ne Klasse. Ja, die versuchen halt die ganze Zeit für den Play zu gehen hier. Ich hab jetzt immer noch kein Ult. Ja, ich komm wieder Bot für ne Ult. Geil. Ich hab auch gleich Flash Up. Keine Sorge, Anlecki. Du kannst den Blue Buff nehmen. Danke, dass du gefragt hast. Ich hab jetzt auch Ult. Da ist kein Ding, Mann. Also ich hab gut. Bist du ein Range? Ja. Okay. Und mir auch die D-Schenke. Die sind nicht Top-Seiten, ne? Flash gleich. Die sind alle unten. Gucken, ob die den Pink-Bot hier kommt. Die sind alle unten ja dann das nicht fürs Play-Gin. Also hier ist ja noch ein Ort, ne? Dann Tevin ist gleich am Innip-Tirot, ne? Ja, ja, ja. Stimmt. Ich steif' den Tunnel weg. Ich steif' den Tunnel weg. C2-Bot, C2-Bot, C2-Bot. C2-Bot, 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 C2-Bot. Das raus ist jetzt. Okay, dann. Die Recall jetzt. Ich komme. Okay, ich komme sofort wieder Bot. Anilie ist oben. Ja, ja. Wir machen Bot. Können wir da rauf? Ready? Ja, ja. Ah, die haben Angst. Ich bin doch nicht wirklich nervös am Tower. Jetzt! Okay. Ich war ein bisschen überraschen, aber ich bin drin. Ist die Rani top? Ist die Rani top? Oh! Gipi? Hol ihn dir! Ist er! Game one. Oh shit! Habt ihr gesehen, wie ich den Rakan interrupted hab? Extra Gold. 900. Anivia, Anivia miss noch? Ich stehe jetzt einfach 4-0. Kann ich den Blue haben? Wenigstens den. Komm! Du hast schon einen! Da bin ich vielleicht auf Alt-F4 gekommen. Könnte passiert sein. Connected. Er kommt nicht mehr wieder. Da bin ich vielleicht auf Alt-F4 gekommen. Hätte ich verstanden. Tim, ich hätte es genauso gemacht, hätte dich beruhigt. Schwimmer ist ich ja auch, ne? Ist halt ein Game, wo es egal ist. Weil, das Dumme ist ja, Anarchy ist ja so ein dummer Hund, dass du dich siehst. Hihihihi. Hörst du ja schon vorher, ne? Ja. Da ist ja Blu an. Hihihihi. Da ist ja schon was passiert. Aber was soll ich machen, ne? Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Ja. Ist halt. Ist zum Mäusemelden. Bin ich in die Base gehalten? In einem normalen Game hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Da war Dave, das war halt. Ich hätte es in jedem Game der Welt gemacht. Ich meine, du hast ja auch die 2. Und ich hätte sogar die World's Finale gemacht. Das hättest du nicht gewagt. 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 Bitte einmal weiter im Bottler habe ich mir Ruhe top. Oder halt 3 Leute. Aber noch der Spotlight ist kommen wir jetzt komplett alle. Wollen wir du machen? Wir haben den Erdnach nicht. Aber ich würde noch meine Texte für meine Ehe. Dann kommen wir. Keine Sorge. Der hat einen Blue der Junge. Der kantert. Was ist Mist? Streng genommen hat er sogar 2 davon. Ich habe jetzt den Wolf. Ich habe keine Sex mehr. Aber Pinquad, nimm mit. Wenn du hast. Verkauf. Longshot oder sowas. Junge. Sonst geht mir den Wolf wieder weg. Oh, das ist echt ein Lucky. Nein, geht nicht. Das sind so... Oh, fuck. Hier ist Bruder jetzt rein. Ripped Major. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Ja, ja, ja. Das war überraschend. Was haben die geused? Weiß ich nicht. C2, oder? C2, oder? C2, ja. Die wollen für Mitte töten wahrscheinlich nur gehen. Pass da auf, alter. Pass da auf, ne? Wir sind noch zweiter weg. Komm mal da rein. Der Underkey kaltet hat wie ein absoluter Eddnach main. Der eskaliert ja komplett, der Junge. Man könnte fast meine, Champ ist nicht balanced. Beryln. Siehst du, alles initiiert von mir, alter. Das ist halt Next Level Gameplay hier. Ja. Keine Ahnung, ich hab... Power farmed, alter. Ich bin komplett fett. Specki. Oh, nice mate. Gut Job. Gut Job. Wolltest du dir meinen Rage spielen oben, oder? Wir sehen uns die wieder. Tolles Spiel. Ich bin zu viel. Von diesen Game. Von diesen mit... Nein, die ich meine. Die Fiendestreile. Ich spiel auch mal Galio oder Magen. Aber Gary's Day spiel ich nicht. Die Fiendestreile. Was? Draven ist okay. Ich krieg so viele Pass-Stacks von den Dingen hier. Echt? Na, ich geh jetzt noch nicht eine Axt fangen. Jungs, wir gehen hier rein. Ich krieg quasi durchs Jonglieren. Guck, schaust du auch Flash? Du hast die Billig-Version, ne? Ja, das passt schon. Guck, du hast auch ein Reiches Glory. So, du musst da initiieren. Ja, ja, ich komm hier. Ich komm, ich baite. Ich bin auf dem Weg, bitte. Hallo, ich bin Draven. Oh nein, meine Stacks. Oh, die wollen mich! Kein Problem. Oh, du gehst da richtig hin! Flasch drüber weg mit dir. Ich wollte gerade gehen. Hoi, der wille war da, ne? 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 War knapp. Der ist halt nur Ulti. Das hat nur Ulti. Ulti, ja. Oh, von. Oh shit. Ich komme von hier. hier zu jordi pass ja und jetzt hat er ich habe pilla marsch ist der vorne dran jetzt gebaut habe ist besser als geld viel schneller im jungle ich schwöre diesmal wirklich nein johnny ich mache dir den ich schwöre wir haben johnny wirklich ich hätte ihn wirklich jetzt gemacht vertrauen ich lasse ich einfach mal so stehen weil wir das wort nicht einfach ich muss jetzt mit einer gewinnt ob wir die wollen den topside jungle und dann lassen wir den ding machen machen wir stellen wir einfach nicht ich glaube das ist nett guck mir jetzt mal kam die botten im pläscher mit dem pläscher mann ja das ist ausgerüstet und keine sammste ich dachte wir gehen hoch ja wir müssen wir fast musik mann hier ist mitte ja bitte die midis für reindiven weiß ich nicht ob wir das können ja klasse da wollte ich gerutscht und was soll ich machen das passiert im besten der wälder wälder ich glaube dass die johnny runterschicken ja bitte meine ich meine kevin macht er jetzt schon ich könnte bald ewig stallen ja aber was machen sie jetzt wir wollen jetzt sollen gar nicht jetzt gar nicht mehr sage ich doch ja ja wo die den geld ich jetzt einfach bitte weil die top gesehen haben die top turret auf komm ich denk doch ich glaub die haben bock ich bin dead ich bin dead ihr ficker dich verteidigst du Ola ach niemand ist dead gut job Tim ist dead der einzige der es nicht sagt ja und der ist auch nicht tot egal ich hab Seju nur mitgenommen exzellent ja aber trotzdem für den Töne geholt ja wir sind da die Ecke die Ecke die Ecke haste ach nö oh oh aha toll hast du mal das ich bin an der Ecke geblieben das war richtig wie er da was ok kannst du mal resetten ich geh top reset cc cc was ist denn hier kann ich gut 200 gold bis Infinity Edge nein dann klatsch ich haha ok gerade einfach nur nein ja gut ich hab ja nur gefragt ne ok gut was ne Antwort oder ich geh für guardian angel jetzt direkt ja ja komm da seh ich mich da siehst du dich meinst ne ja ich seh mich beim Ecke ich seh mich beim Ecke nö ne er ist echt viel besser auf dir würd ich generell Anaki auch nicht so vertrauen wenn er sagt der gibt das ne bei mir gibt er den immer das ist ja ne spiel jetzt egoistisch jetzt mal aus der weise ne spiel ne spiel ne spiel ja lass können wir einfach den preenit da umnehmen in einem justi der Nash ne gerade eben musste ich Seju spielen und jetzt ne dann hab ich auch wieder Sums 3 sind 6 3 sind 6 3 sind 6 das Shepard ich kann ja da einfach immer für die Firecam Prox gehen wenn ich euer Backup habe Geil der Kasten und hättest die Kasten und jetzt nicht mehr ne ich hab wieder eine Chance auf CS ja weil ich auf Crit gegangen bin extra für dich immer Geil äh ich hab wohl all bot waferan weil ich könnte ich für Feierkennen oder naja die können uns jetzt aber engagieren und so da macht das was jetzt so viel Angst gemacht Vorsichtig 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 Ruhig 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 Ne Wie viele Bots? Ich glaub die haben Neste für die Lass mal Nash gehen, lass mal Nash gehen Two man Ich hab keine Armor Easy, easy, ich kann das komplett leistigen, glaub ich Tim, was machst du da? Lass Nashen gaged Ja Wurde nicht, dass der Raka noch Ulti abhat, Alter, ich dachte der hätte mit Ulti auf Kehrt ihr den Bug von Coacher engaged Deiner Mutter? Was machst du denn so? Oh, lesen 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 Als ob du lesen kannst Wobei, sonst ist die Karma nicht so gut gespielt Hätte Mitte Waved, dann hab ich Aesthetik Krass Ne Aesthetik Scheiße, mir fehlt 80 Gold Ich mein jetzt Kauf einfach dein Blade Ok Ich hab übrigens wieder 200 Gold Klasse Das sieht zwar nur aus, als ob ich 1,0 stehe Ich sag euch Ich warte noch mal 40 Gold Bietet viel Scheiße Ja, schön Kutschi Du auch noch Gönn dir mein Junge Aber wir müssen trotzdem ne Die haben jetzt trotzdem ganz gute Items Klar, weil 3 Items Wir müssen trotzdem schauen, dass wir das jetzt mal schauen Dass wir das 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 mal schauen Was? Was hast du da an? Ja guck mal, guck mal Tims Farm gegen der Seju an Ja Ich weiß auch nicht woher er sein Farm kriegt Ja, weiß ich auch nicht Das kann ich erklären Das lieber töten jetzt Warte noch meine Pressure Warte noch meine Pressure Hey, haltet mich zurück ey Warte meine Pressure Top Wave nochmal ran Ich bin auch bei Kutschi War das egal Ich bin 12 Ich bin jetzt 1,3,1 Ich bin sicher, dass hier in Momion Wolle Wolle mal bitte rein Das ist vielleicht Anni wäre es nicht da Anni wäre es nicht da Trotzdem raus, wenn er könnte Ja, kommt noch raus Gar kein Problem Ich hoffe, dass wir vielleicht anfangen müssen Die Gäste finden Weil Weil jetzt habe ich halt keine Pressure Aber er ist wie auf den Arsch Ja, was haben die Gejuste Was haben die Gejuste Was haben die Gejuste Was ist die Gejuste Nur C-Joyce Und Rakanuld glaube ich Rakanuld auch, okay Dann können die jetzt eigentlich nicht mehr engage Mitteltut ist extrem low Wir können ihn jetzt fast hard forcen Boah Ich CP auf das nächste Minion bei der Mid-Wave Ja Ich mach mal right das an Halt, ich habe keine Emotes Oh, aber ich kenne die Emotes Wie meine Emotes sind Kannst du ihn töten? Die Emotes? Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig Ich habe vier Mann taunt Find ich sie Das klatscht komplett, Jungs Ja Ich wollte einfach von der Scheiße Die ganze Zeit gesonnen Ist so eklig Darf ich noch ein Kehl haben, bitte? Aber wir können versuchen den zu deliveren, ne? Ja, das wäre übel schön Ja Ja Ich hab's ruhig Das ist wirklich Der Effort ist da Kommen alle rein in die Base Ach Jungs Nö Schwach muss ich wie gesagt Da haben wir ein absolutes Fest Also ich muss sagen Support Champions sind übelgeil Nice Ich hab gesagt Ich seh dich auf Zoe Dann hättest du auch Blues gekriegt Na Bin ich noch skeptisch Hättest du mal auf Colts gehört von mir Schaltet ein, wenn das Finale ist Am 18. ist das Achja, das war der letzte Cup Tschüssi Mensch Premium Jungs Habt da rein Bis zum nächsten Mal Tschüssi